ich wollte nur noch mal darauf hinweisen dass schneckenwasser so sehr hassen und zwar so sehr dass meine schnecke da jetzt komplett drin sitzt ja da gibt es nämlich lecker heilerde da kann man schon mal ein bisschen rumplanschen mein schönes tier viel spaß damit ich mag euch schnecken es ist weihnachten und ich muss jetzt wegfahren und deswegen haben die schnecken jetzt ein riesen vorrat an salat habe ich jetzt gerade richtig viel salat reingetan lasst euch das schmecken ihr kleingespenster schön dass sie alle hier so rumbruseln und ihren spaß haben tschüss abonniert unseren kanal und aktiviert die glocke damit ihr nichts verpasst so so Untertitelung des ZDF, 2020